Dieser Ford Transit Connitzt ist hier zum Verkauf angeboten. Drei Personen haben in diesem großen weißen dreitürigen Windplatz. Der Venn bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, Multifunktionslenkrad, elektrischer Seitenspiegel und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 95 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 5,4 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 19.439 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 S gentleman www.reisémolin.com www.reisemolin.de Bis zum nächsten Mal.